Man lernt etwas über Kapitalmärkte, man lernt etwas über Aktien, man lernt auch, dass man Aktien nicht sofort wieder rausfeuern muss, sondern auch schamate Halten zahlen, dass man auch nicht nervös werden darf. Man lernt viel über Unternehmen. Da muss man schon auch sicherlich ein gutes Quäntchen Glück haben, aber so ein bisschen Näschen auch dafür. Also ran, sag mal an die Buletten, Planspielbörse 2021 ab Herbst, alle mit dabei bitte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017